UNTERTITELUNG Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Da hat man zwei Brüder, die kein Wort miteinander reden seit zehn Jahren. Ich will mit ihm Frieden schließen. Ich will neben ihm sitzen und in den Himmel sehen. Genauso wie früher. In alten Zeiten. Mein Bruder ist ein Bruder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017